wieso geht das jetzt nicht? mann schaust aus alter warum geht das nicht? der baust die scheiße aus ne besser gesagt brauche ich nur hier kurz eine links crafting table die sieht geil aus so äh wot 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 aluminium nugget wot auch nicht äh Äh, 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 ist nicht dumm, aber so kann man es machen, gell, was, auch nicht? Ähm, ich glaub, ähm, ich glaub, hier läuft was falsch. Glaub ich mal, so, ganz dumm gesagt. Äh, ich mach... Wieso? Äh, 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 wieso geht das nicht? What the... Was ist mit Hexit los? Okay, in dem Video, bei dem geht es halt. Äh, das gibt's ja nicht. Warte, Stein brauch ich, glaub. Das gibt's doch nicht. Was ist denn scheiß? Nein, das ist halt da rein. Ja, wow, das geht, ey, oder was? Einfach... What the... What the shit, einfach nur. Oh, Gott. Alumalt... Stil? Wie macht man denn Stil? Ich, ich check's einfach nicht. Warum? Äh... Wieso geht das nicht? Okay, ich muss jetzt eins versuchen, ja? Ich schmeiß es dann nachher wieder weg. So. Ich geb mir das mal. Kann ich das hier einsetzen? Ja. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Wo ist jetzt hin? Ach da. So. Ich schmelze jetzt mal, äh, was weiß ich, Gold auf. Es geht schnell. So. Das ist... Also, irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin jetzt total überfragt, weil... Ich hab eigentlich genau das gemacht, was der im Video gemacht hat. Und es geht einfach nicht. Allein, dass das hier nicht geht, ja? Hier, das da. Weiß auch nicht, warum. So. Ein Gold. So. Kann ich das jetzt da raus? Haha. So geht es nicht. Also, ist eins zu wenig. Ne, das ist... Ja. Ganz ehrlich, ich... Ich verstehe es nicht. Jetzt wollten wir hier was mit Hexit machen, jetzt geht es nicht. Wow. Geil. Warum geht es denn mit Steinen? Aus welchem Grund? Ja. Sag mir... Gib... Gib mir mal. Gib mir Hilfe. Nee, das hat das. Und... Hier steht doch, dass es geht. Ich bin echt zu dumm. Ne, keine Ahnung. Die können ja mal eins aus Steinbomben. So, jetzt habe ich zwar eins aus Steinbomben, aber... Eigentlich sollen ja alle Materialien gehen. Wieso geht das nicht? Paddy, falls du zuschauerst, hilf mir. Ah, bitte. Stonepeak Eggs. Was will ich anfangen mit einer Stonepeak Eggs? Ich baue die schnell ab. Schmeiß den Müll fort, ey. Ja, dann lasse ich das jetzt hier einfach mal so... Ich tue diese mal hier rein. Ja. Ja. Du es. Ha. Okay. Warum ist da auch eine Spinne drin? Ja, dann lasse ich das nicht. Wöhm.